Hey, das war ja so laut. Verkehrte Welt in der Bezirksliga. Zwei Bundesliga-Profis haben ihr Trikot gegen die Schiri Pfeife getauscht. Anton Strach und Nils Petersen versuchten sich beim Lokalderby zwischen dem VfR Nierstein und dem TSV Mommenheim als Schiedsrichter. Mit der Aktion läutet der DFB das Ja des Schiedsrichters ein. Damit wird der Verband sein Nachwuchsproblem in den Griff bekommen. Unterstützt wurden die beiden von Bundesliga-Referee Dennis Eytekin, der ihnen mit Rat und Tat zur Seite stand. Pfeife voll rein. Die müssen erschrecken, wenn die den Pfiff hören, dann müssen sie sich denken, oh. Hey, das war ja so laut. Ach du Scheiße. Sehr gut. Exzellent, Nils. Das ist genau richtig. Oh, sorry. Okay, hier bitte. Die Höhe bitte. Danke euch. Beiß frei.